Was ist los? Sind wir nicht zufrieden mit dieser Art von Freiheit? Oder stimmt damit etwas nicht? Zurück an die Näpfe. Bewegung. Die Fütterung findet hier pünktlich statt. Wo ich nie weitergekommen bin. Ich habe ja auch mal vor ein paar Parts gesagt, dass das eine Stelle war, wo ich nie weitergekommen war. Und wir trotzdem Rückzug durch waren. Das habe ich dann verwechselt und zwar mit dieser Stelle, glaube ich, die jetzt kommen wird. Ja genau, das ist die Stelle. Da bin ich nie weitergekommen. Da habe ich am längsten ever gebraucht, bis ich da weitergekommen bin. So, hier ist mehr Wärme. Okay, jetzt müssen wir nämlich durch die kalte Hölle. Okay. Scheiße, hier geht es nicht lang. Ich gehe mal schnell wieder rein. Okay. Draußen weht ein Blizzard rum. Okay, jetzt müssen wir leider so, Gott, ich das nicht mag, noch mal da durch. Hier geht es nicht lang. Geben wir die bis zurück. Wir müssen uns mehr wärmen, bevor wir da ernsthaft rausgehen können. Jetzt war gerade nur Lagechecking, wo es weitergehen könnte. Immerhin gibt es hier eine Wärmequelle. Das wäre noch schwerer, wenn es hier gar keine Wärmequelle geben würde. Nur immer positiv denken, wenn es ums Überleben geht. Das sagt mir Grylls auch immer. Vor allem geht es... Ich dachte, hier geht es weiter. Okay, hier scheint es nicht weiterzugehen. Na, ein bisschen Energie haben wir noch. Wo geht es denn hier weiter? Ach, da geht es weiter. Okay. Schnell wieder zurück. Wir müssen uns schnell wärmen. Sonst erfrieren wir noch. Okay. So, noch mal ab in die Kälte. Okay, okay, okay. Wo sind wir hier? Ah, hier geht es weiter. Ah, schneller, 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 schneller. Ich... Ah, mir ist so kalt. Mir ist so kalt. Wärme. Oh mein Gott. Oh, endlich Wärme. Gut. Und zwar habe ich da nie gecheckt, dass man da... ähm, ums Gitter da rummuss. Oh, fühlt sich gut an jetzt auch. So, wo geht es mir hier zu lang? Ach so, ich glaube, das war nur ein Zwischenstopp. Um sich wärmen zu können. Was ist denn hier? Können wir da rutschauen? Hup. Aha, hier ist so eine Säule. Ich glaube, die müssen wir entfernen. Machen wir das mal. Aha. Hat sich noch gut in der Ruhm. In der Ruhm. Sorry. Singular, nicht plural. Schnell wieder da durch. Ach nee, muss es sein. Nicht hier. So. Hier kann ich unmöglich gegen ein Monster kämpfen. Oh. 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 Na gut, laden wir erst mal nach. Und hier geht's weiter. Oh. 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 Leser, öffne dich. Aha. Eine Lampe. Gehen wir mal ganz nah. Wir müssen uns so gut wärmen, wie es geht. Was ist das? Was ist das? Was zum Teufel ist das? Was war das? Oh mein Gott, es lebt noch. Ich erlöse dich. Hat seine Hand in der Wand drin. Ja, der geht ja momentan richtig ab, ne? Aber was ist das für ein Viech? Es sieht aus wie so eine Mischung aus Insekt und Mensch. Gut, es ist tot. Bin ich froh. So, äh. Was ist das? Spiel. Mach mich nicht bekloppt. Nee, es ist besonders warm. Oder auch nicht. Hm. Wärmen wir uns erst mal noch? Na gut, das hätten wir gar nicht machen müssen. Ja. Ach, hier kommt die Wärme hin. Äh, her. Von der Lampe. Gut, dann gehen wir nochmal in die Kälte. Ab ins schöne Wetter. Äh, okay. Das schöne nehme ich erst mal zurück. So, und wo geht es hier so lang? Ah, das sieht mir gut aus. Glut. Wir sind inzwischen Station. Eigentlich würde die Glut schon loschen. Na gut, die Glut scheint wohl frisch angefeuert zu sein. So, und jetzt. Wo geht es hier lang? Geht hier lang? Geht hier lang? Ja. 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 Ich glaube, wir sind richtig. Oh, ne. Okay. Äh, schnell wieder runter. Scheiße. Äh. Das sollten wir, glaube ich, nicht lang gehen. Hm, hm. Ach, hier ist wieder Glut. Das ist gut, denn hier ist ein wenig Glut. Okay. So, ich fürchte, wir müssen da in die Kälte. Auch wenn ich da vor extremen Bammel habe, zu erfrieren. Aber wir müssen es riskieren. So. Ah, hier geht es zum Glück entlang. Ach. Schnell. Der Wind bläht mich weg. Huh. Eine Schaufel. Eis-Zapf. Äh. Hm, eigentlich müsste man sich da doch, ähm, die Faust verletzen, wenn man da mit der Faust gegen Eis schlägt. Rein vom logischen her. Und hier ist Wärme wieder. Na gut, äh, wir haben schon maximal Wärme. Und hier ist wieder ein Schalter. Was ist denn das? Hä? Ja, okay. Okay. Es scheint wohl so eine Art Hubschrauber zu sein. Bloß, dass hier der Propeller blockiert ist. Das heißt, wir müssen den irgendwie freilegen. Bloß, wie wollen wir das jetzt machen? Ich glaube, wir müssen wieder in die Kälte. Aha. Da ist er. Können wir da auch rein? Jep. Können wir. Und hier ist eine Vision. Das sind Gegner. Sprenger, halten Sie sie fern von den Trossen. Der Turm wird einstürzen. Aufpassen, das war Glas. Hä? Ist doch nur Glas. Ist doch nur Glas. Ob Glas töten könnte. Na gut, wir hatten ja schon mal eine Vision. Da hat Glas uns getötet. Das war's. Starten. Ich erschieße den Pilot. Oh mein Gott. Kein Pilot. Das, äh, der Hubschrauber wird von Geisterhand geflogen. Hä? Springen, springen. Halten Sie sie fern von den Trossen. Der Turm wird einstürzen. Aufpassen, das war Glas. Ja. Geister. Geister. Das war's. Nicht zu nah an die Plattform. Achtung, die Trossen. Hier kann ich rausschießen. Springen, springen. Halten Sie sie fern von den Trossen. Der Turm wird einstürzen. Nein, wir müssen da im hinteren, dass sie diesen Turm da zerstören. Zerstören. Ne. Nein. Ah, hallo. Das war's. Starten. Nicht zu nah an die Plattform. Achtung, die Trossen. Springen, springen. Halten Sie sie fern von den Trossen. Der Turm wird einstürzen. So, wir machen das jetzt. Okay, erstmal die Zeit einschätzen. Und umschauen. Wir haben ja unendlich Leben. Okay. Warum fliegt der eigentlich nicht weg? Das war's. Starten. Nicht zu nah an die Plattform. Achtung, die Trossen. Springen, springen. Halten Sie sie fern von den Trossen. Der Turm wird einstürzen. So, geht's hier irgendwo lang? Nein. Hier scheint's auch nicht weg zu gehen. Und hier auch nicht. Wir können in Smash springen. Verdammt, geht auch nicht. Na, kommt schon. Verdammt, keine Munition mehr. Was machen wir jetzt? Okay, wir haben hier nur begrenzt Munition. Das heißt, wir können nur in den Tod springen. Haben wir es geschafft? Doll. Wir haben es noch geschafft. Scheiße. Ah. Und werden hier mitten rausgeschmissen in den Schneesturm. Ich wollte schon Sandsturm sagen. Ja, aber das wäre komplett falsch. So, jetzt sind wir die Wege drin. So. Es ist der Heli weg. Aha. Da war eine Tür. Und der Heli hat die Tür verkiert. Deswegen. Verstehe. Gut, dann rennen wir mal schnell rein. Schnell, 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 schnell. Oh. Geschafft. Es sieht aber ziemlich unheimlich hier drin aus. Und hier sind auch ein paar Schneeflocken. Okay. Wie ist die Lage? Zerbeulte Dinger. Fässer. So, was machen wir denn jetzt? Ich kann mich hier auch noch erinnern. Da ist so eine schwere Stelle in der Nähe. Da bin ich auch extrem lange gehangen. Das hier ist eine Leiter. Das ist schon klar. Die fällt jetzt dann runter, oder? Wo haben wir das jetzt geöffnet? Na gut. Ich glaube, wir haben das hier geöffnet. Aber zuvor möchte ich mich noch wärmen. Okay. Diese Türen. Die machen mich völlig... Beklappt! Wo? Wo? Wo ist er? Da ist er! Ey, ich würde mir hinter dir schauen. Verdammt, keine Emotion mehr! Ach, scheiße. Wir hätten noch nachladen müssen. Okay. Wir wurden zerquetscht. Na gut, der ist ja auch 100 Kilogramm schwer. Da ist es ganz normal, dass man zermalmt wird. Na super, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, dass wir müssen wieder diesen Button drücken. Oh, Mann. Na gut, wird jetzt selber sprechen wie vor drei Minuten. Ich bin jetzt mal in der schnellen Weste oben. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Okay. Ah, das ist besonders warm. Schieb mich doch nicht weg. So, erstmal nachladen. Und zwar alle Waffen. Bevor wir den Kampf starten. Besonders die hier. Ist besonders wichtig. Okay. So, und wie finden wir jetzt von hier? Okay. Ich muss mir merken, das Mausrad nach vorne. So, gleich kommt wieder dieser Spaten. Ah. So, nein. Nein, Mausrad nach. Ah. Vielleicht fliegt das Teil runter. Pass halt besser auf. Ah. Ach, scheiße. Wie viel Leben hat denn der? Habt ihr das gesehen, wie oft ich auf ihn geknallt habe? Na, so gut wie das selbe Spiechen. Diesmal werde ich nichts dazu sagen. Ihr kennt ja, was hier jetzt abgeht. So. Die das selbe Spiechen. Hier ist halt aktivieren. Wärmen natürlich noch. Es dauert jetzt, bis es gewärmt ist. Währenddessen Waffen nachladen und ich werde danach auch speichern. Ja, die ist nicht ganz so wichtig, die Waffe, aber egal. Gut, die hat keine Munition. So, Wärmezeit. Nach der Eiszeit gab es die Wärmezeit. So, und jetzt werde ich speichern. Ich nehme mal den hier. Flucht heißt der. Oder das Level. Und wir stellen uns diesen Fettsack. Ja, Leute, den Kampf. Hallo. Warum stirbst du nicht? Anscheinend muss er das Teil darunter ballern. Äh. Das funktioniert ganz gut. Scheiße. Lad schnell danach, bevor er hier um die Ecke kommt. Schnell. Wah. Oh je. Speichern. Speichern. So. Hat er irgendwas gedroppt? Das ist also seine Waffe. Ich würde sagen, wir sind ziemlich am Arsch jetzt. Hier liegt zum Glück Munition für die Waffe. So. Hier könnten wir uns wärmen. Wir müssen da allerdings zuerst doch einen Schalter aktivieren. Die Frage ist, wo ist er? Können wir zurück? Nein. Wir können nicht. Na toll. Gut, dass wir gespeichert haben. Lade schneller. Schneller. Also. Okay, wir müssen schnell sein. Sonst erfrieren wir. So, nachladen. Und zurück. Hoffnung. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh ne. Stirb endlich, du Insektenviech. Nein. Warte. 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 Okay. Nein. Warte. Warte.